Das ging gut aus. Granate? Granate? Wof? Ich seh nichts! Ich seh nichts! Ich seh wieder nichts! Du trägst Ding! Komm her! Oh, du willst auch was? Oh, wie... Ah, so! Wow, ich sollte mal ein bisschen Money sparen, sollte ich? Antwort, ja. Oh, guck mal. Ah! Ich seh nichts mehr! Ach, da geht's hoch. Äh, Moment, geht's da hoch? Nö. Geht's da runter? Da geht's runter. Kam ich hierher? Ja, das kam ich. Ja, das tat ich. Wow. Nein. Warte, ich bin in die falsche Richtung gerannt. Moment, bin ich hier nicht. Eine Sekunde. Ich bin richtig angepasst. Okay, wo geht's lang? Wo geht's lang? Oh ja, Strider Rooftop Battle. Nein, wir haben keine Zeit für dich. Oh, ho-ho-ho-ho-hi. Oh ja, mit den Strider ist nicht zu spaßen. Habe ich das schon mal erwähnt? He-he-he. Bestimmt. Nicht. Ah. Ich, wenn, die, verdammt, Fiecher killt. Nein. Verdammt. Neue Daten. Okay. Oh ne, wo starten wir? Oh nein, nicht hier. Wow. 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 Ach, okay, er gibt mir ein Zeichen. Ich soll hier hoch. Ja, super. F6. Aber wo sollen wir hin? Ich hab die geringste Ahnung. Darüber vielleicht? Ne, der Schläger. Erstmal in der Ecke warten. Bis die Plankness vorüber ist. Ja, dafür hab ich jetzt wirklich Shotgun-Ammo verwendet. Weil ich kann. F9. Nein, ich hab nicht wirklich Bock drauf. Wo ist das Scheiß-Ding? Oh. Sofort explodierend? Nice. Okay. Oh, hier müssen wir hin. Oh ne, was hier... Oh, achso. Und ne weitere Lade... Warum sind's hier so viele Ladezonen? Moment. So. Geht wieder. Okay. Meine Güte. Strider. Wie sehr ich sie hasse. Wie viel Mal bin ich jetzt eigentlich auf easy gestorben? Antwort zu oft. Ja, jetzt... Out of our way! We have to get to the horse? The Chorion horse? Das line hit. Nooo. Don't break up. Warum hab ich das gerade gemacht? Ich bin erschreckt. Ich bin erschrocken. Okay. Ah. Komm schon. Oh. Nein. 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 Ein Glassplitter hat mich im Auge erwischt. Verdammt. Ich hasse Strider. Ich weiß nicht, ob wir es wussten, aber... Ich hasse Strider. Ja. Geh. Bam. Bam. Ja. 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 hat heute hört das ist nicht schuld 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 und dort werden buch Willkommen, Moment, Donald. Sie haben eine Bestellung, bitte. Aber sie wollen die Kasse. Moment, sie krieg... Einen kleinen Moment. Sie kriegen die Kasse. Hier, aber stell... Nein. Wow. Ich glaube, jetzt fang ich an, Spinnen zu hassen. Wow. Ich denke, ohne Scheiß in der... Ach so, der Tisch war es. Ich dachte, ich stecke jetzt ohne Scheiß in der Tür fest. Nein, du kriegst mich nicht. Oh. Schlechte Ausgangsposition, Jungs, für euch. Wenn ich unten bin, kann ich nicht weiter runter. Aber wenn ihr oben seid, könnt ihr immer noch fallen. Einfache Versieg für Dummies. Was oben ist, kann fallen. Was schon auf dem Boden ist, kann ich immer weiter runter. Oh, komm schon. Wow, du hast mich gerade geschreit. Junge Lady. Wo? Guck mal, ein Fenster. Höh. Höh. Lassen die Granaten bis hier her? Wir müssen weiter. Au. Schlägt der mich einfach so? Ich glaube, es hackt. Ich glaube, es hackt. Kommst du mal kurz, bitte? Warte, warte, er kommt. Nein. Okay, tut mir leid, dass ich das jetzt ein bisschen ziehe. Aber was sein muss, muss sein. Okay. Headshot. Nice. Oh, ich brauche die Energie. Danke. Äh. Nein. Wow. Was? Autsch. Aua. Oh Gott. Was war das denn? Oh, komm schon. Nein, komm, ich bin Autoresite Personal. Du bist aufs Feuer gelatscht und nicht verbrannt. Cheater. Hör dir Gottmode an. Oh mein Gott. Jetzt ist er nicht länger ein Goodmode. Oh, und hier hängen Aufladestationen all massive. Stimmt. Warum nur eine Rüstungsaufladestation? Ich verstehe das nicht. Ha. Oh, okay. Oh, okay. Wow, da war eigentlich noch ein Jump'n'Run Part, aber den habe ich grandios umflogen. Wow, ja. Äh. Super. Denke ich mal. Ja, ich weiß, dass jetzt Verschwendung haben wir halt eh genug. Nein. Guck, guck. Öffne deinen Mund. Hier macht der Zug Choo-Choo oder sowas. Was immer man da auch sagt. Nein. Der Sekundernkraft der Strider ist wirklich übel. Nein, nein. Ja, getroffen. Unglaublich, aber ich habe getroffen. Okay, komm her. Ich weiß, dass du da bist. Yeah. Was? Hast du gerade meine Möde beleidigt? Achso, du bist... Nein, nein, du hast es nicht. Das hast du nicht. Oh, Glatzkopf erschreckt mich nicht. So, ich hole mir nochmal ein paar Raketen. Wir haben voll. Nein. Nicht. Das wäre wie wohl. Danke. Für die Aufmerksamkeit. Was? Worauf schießt der? Alles klar. Okay. Bloß nicht stürzen und sich ein Bein brechen und dann sterben. Das wäre extrem. Ja. Was habe ich gerade gesagt? Ein Framing, ja? Ja, das tue ich wohl. Oh, wahrscheinlich doch nicht. Ich gehe jetzt mit Crossbow in den Nahkampf. Oh, das hat dein Bein getroffen. Okay. Oh, Mann. Jetzt ist die Pistole dran. Okay. Kannst du mir noch kurz helfen? Ach, Bani, du bist ja auch da. Bani ist unwichtig. Wir wollen Ball. Ja, genau. Boggy. Blah, 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 Mr. Freeman. Auf, Doggy, nochmal. Sag niemals nie. Hast du etwa gerade an Doc gezweifelt? Oh, das werde ich, Barney, das werde ich. Oh ja, ich habe schon mehrere, von mehreren Leuten die Fuck Yous gesammelt, die ich dann alle zusammen, Preen, gegen den Kopf schmettern werde. Ja. Also, wenn ich den nicht irgendwann mal töten darf. Oh, shit. Was macht die Zitadelle da unten? Bauen die da Rohstoffe ab? Juhu. 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 F6. Speichern und weiter. Kronx Lieblingssatz. Oh, nein, 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 nicht runter. Oh, gut. Vorsicht. Hoch. Ruhig. Stellaner. Wow, Vorsicht. Äh, ja, super. Äh, hier lang. Mann, die Zitadelle ist so... Verwirrend einfach nur. Geht das Licht, Gordon? Äh, ja, kann ich nicht. Super. Äh, da kann ich durch. Hallo. Knock, knock. Haha, noch ein Unschau. Äh, da muss ich nicht langen. Hoffe ich doch. Okay. So ein Weiz. Soll ich hier runter? Wow. Ich glaub, äh, in den da einzusteigen... ...wäre ein wenig, äh, Aua. Aber wir... Ja, wir können's aber ausprobieren, wenn ihr wollt. Okay, Gordon. Du bist verrückt. Du bist wirklich verrückt. Wir werden jetzt in die Zitade der gebracht. Dass er auch so ruhig bleiben kann. Ich mein, ich würde... Und er bleibt... Hallo. Tot. Wollte ich euch nochmal zeigen.